Hey Internet und YouTube, wir sind zurück im Haus. Und die Ideen werden nur füte. So können wir es einfach machen. Wir wissen, dass es ein paar Tage später bevor Judas hier zeigt seine Verlusten. Wirklich? Jetzt? Ja, jetzt, sugar. Warum nicht ein Moment, während du das große, schwarze Geld sitzt, um die Beste zu schlafen, und zu wissen, was er ist er. Was auch immer du sagst! Das ist ein guter Moment. Fuck you, man! Hey, 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 hey! Für ein paar Mid-West-Stick-Up-Artists, ihr habt schon ein paar... ...wein-West-Coast-Douchebags. Was ist denn mit der West-Coast-Douche? Oh, nichts. Ich liebe es hier. Jeder ist so... ...nummed von der Sonne, ... dass wenn ihr ein drei-syllable Wort... ...wir denken, dass ihr Professor. Man, fuck you! Ja, fuck you, ihr High- und-Mighty-Weasel! Und ihr... ...dann sie zu diesen fucking Idioten! Hey! Leave Lester alone! Oh! Oh, du und Lester zusammen? Oh, das macht fucking Sinn! Oh, für fuck's sake, man! Ihr seid alle Arscher! Man, ich muss mich anrufen, homie. Diese Scheiße war wirklich illuminating. Franklin, ich bin sorry. Komm zurück, hab ein Bier oder was? Hm. Wo ist mein Anteil? 16 Millionen... Okay, sie ist ganz zufrieden. Trevor, 16... Okay. Ba-ba-ba-bam. Cool, toll. Kopfschüsse, wunderbar. Signal, ja... Oh Gott. Das ist überhaupt kein Problem. Aber für wen sollte ich was ausgeben? Wenn ihr versteht... Oh mein Gott. F... Oh man, jetzt hast du dich aufgeregt, jetzt wollen sie mich... Komm, schick mir ein Taxi her. Ja... Let's all remain calm! Shut up! Suck... Ey... Wursache hier in den Stau? Es tut mir leid. Ich brauche ein Cab, so kurz wie möglich. Auf der anderen Seite, Sir. Dankeschön für einen Da. Danke. Und was willst du dagegen tun? Was wollt ihr alle dagegen tun? Jetzt muss der auch noch stehen bleiben. Ich alleine werde die ganze Straße sperren. Sieht schon gut aus. Jupp. Alle stehen bleiben. Meine Hose ist sauber. Good. Okay, jetzt könnt ihr weiterfahren. Jesus Christ, das war knapp. Bring mich zum Ziel. Aber für wen bleiben dann noch die Immobilien übrig? Franklin und Michael. Teilt man die dann auf, oder was? Muss ich das mit Michael besprechen? Du kriegst so und so viel Immobilien. Du kriegst die. Okay, wo ist mein F hier? Ins Licht. Nothing is happening. Was? Oh Gott, ich bin doch gerade erst. Ich bin in meinem Pool. Ich bin in meinem Pool. Oh, nein, Mann. Nicht ich. Nein. Oh, ja. Aber das ist mein Junge. Ja, aber das ist mein Junge. Ja, aber das ist mein Junge. 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 Bleib trainieren, tschüss. Die Handlung ist, Trevor erledigen. Trevor ist, wir haben Franklin, einen normalen Charakter. Wir haben Michael vor allem mit der Familie und alles. Witzige Geschichten. Also jetzt nicht, dass ich mich da identifiziere, aber ich meine jetzt rein vom normalen Ablauf kann es nur Trevor sein, weil Trevor ziemlich schwung hier rein gebracht hat. Das muss man natürlich sagen. Aber ich will mich auch nicht killen, also ich glaube nicht, dass ich alle mir ansehen kann, oder? Das ganze noch einmal spielen wäre brutal. Also will ich es doch zu einem Schluss bringen, der mich befriedigt bei der Story. Und das ist Trevor. Das ist... Ey Mann, das ist jede Entscheidung scheiße. Ja. 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 Danke für die Unterstützung. Vielleicht überlege ich es mir nochmal. Jetzt kann ich es nicht mehr. Und ich weiß, dass YouTube sowieso mit gar nichts einverstanden ist. Ich weiß, egal was ich gewählt hätte. Die eine hat so gesagt, die andere hat so. Also von daher. Egal was ich jetzt ohnehin getroffen hätte. Welche Entscheidung. Kann ich mir ein Taxi auch hinfahren? Kann ich mir ein Taxi hinfahren? Welche Entscheidung ich getroffen hätte? Warte, vier Kilometer. Komm. Das Kampfgewehr? Jetzt erst? Warte mal hier. Oh, ich habe die Markierung mehr getan. Oh, aber gegen Trevor könnte das ziemlich brenzlig werden, oder nicht? Ich habe hier noch... Okay. Oh. Ich habe hier noch... Okay. Das ist mein Parkplatz hier vorne, wenn ihr das Auto angreift oder nur Skifahren seht. Gut. Also die Optionen Todeswunsch geben überhaupt nicht die Frage. Ich würde mich nämlich niemals für... Soll man gar nicht für Trevor opfern, von daher... Beim anderen mal durchspielen oder ja vielleicht einen anderen Speicherpunkt wählen und dann das noch mal machen, dann kann man sich alles ansehen. I'm just a lonely boy. Gib mir das Kopfgewehr und gib mir ne Patzerweste, äh Schutzweste, äh Dings, ihr wisst schon. Oh, das fühlt sich wie ein Conner. Snug. Zeig mir mal, was du da für ein Gewehr hast jetzt. Ist das irgendwas Neues, was ich nicht gesehen habe? Sieht nicht so aus, oder? Soll es das sein? Das hatten wir doch schon immer, oder? Ich hab immer eine kugelsichere Weste. Das ist das, was ich mag. Ich hab immer eine kugelsichere Weste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab immer eine kugelschere Weste. Ich habines Hey Tee! Oh Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Master Tee! Ich will ja auch nicht Trevor anrufen und sagen, du, wir müssen uns vortreffen, wo es ruhig ist. Oder abgeschieden. Na klar, Franklin! Das finde ich auch eine hervorragende Idee. Hey man, wie geht's dir? Ich bin gut, Tee. Und dir? Peechie! Ich weiß, was das ist. Du? Natürlich! Es ist Michael! Du bist der Beacemacher. Ich habe es nicht, okay? Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Vielleicht wenn die Hebebebewege, aber das nicht, ich habe es nicht. Ich meine, das ist es, richtig? Huh? War es nicht? War es nicht? Aber Michael ist das Problem. Tee, ich liebe dich. Ich bin... Du schaffst mich aus. Du schaffst mich aus. Aber... Aber die Weise ich sehe, wie alles normales sehe, nicht dass das alles normal ist. Man, du werde dir uns alle verdient und verletzt. Du werde mich verkörst? Ich habe? Nee? Ich habe nichts, nur straight und wahr mit dir. Es ist mir sorry, Mann. Du hast mich verletzt, aber die Wahrheit ist nicht was ich interessiert. You fucking do this, we just like him! Shit! Trevor wird schon wieder verraten. Im Prinzip... Scheiße. Trevor! Wir können ganz sicher darüber reden, oder nicht? Ich glaube jetzt nicht mehr. Wow! Verdammt und es dreht sich nicht um, gescheitert, dankeschön. Ich kann doch nicht mehr ausstecken. Doch, aber jetzt ist er schon weg. Jupp, aber das macht nichts, denn wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss! Hey, Internet und YouTube, wir sind zurück und müssen Trevor verfolgen. Und ich hoffe, diesmal klappt. Wenn nicht beim ersten Mal, dann beim zwanzigsten Mal. Und alle guten Dinge sind bei mir 50. Okay, wir nehmen die Abkürzung hier wieder runter. Müssen wir. Und dranbleiben. So wird es nix, so wird es nix. So auch nicht. Hätte ich einfach auf der anderen Spur bleiben können und... tun so, als wäre nichts passiert. Nein, weil er hier rauf fährt, okay. Okay. Warum hast du nicht einfach geschossen, Franklin? Schon vorher. Okay, es ist sicher nicht so einfach, wie wir uns das alles vorstellen. Oh, shit. Oh, shit. Schön hier an der Seite vorbei. Hey, Trevor. Hey, let's do this in a quiet place, homie. Hey, let's do this in a quiet place, homie. Wo zum Anker? Trevor, du hast zwar immer Schwung reingebracht. Ah, es muss sein. Nein. Außerdem, stellt sich mir die Frage, kriege ich deine 16 Millionen? In dem Fall. Shit, wo ist er jetzt? Okay. I'm not far away. Try and stop him. Sehr witzig. Oh, ich habe irgendwo eine Abzweigung verpasst. Verdammt. Treffen wir uns hier vorne wieder? Kommt das zusammen? Weg nicht nach rechts ab. Oh, haha, halleluja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Kann ich aus das Ding hinten? Oh, shit. Ich schieße nicht ihn an. Ich schieße nicht ihn an. Okay, das hätte ich vielleicht auch etwas. Oh, ja. Oh. Ah. Oh. You know what, tough guy? Huh. It's... It's time you grow the fuck up. I mean, I admit, I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit. No boundaries. No sense of when to back off. No nothing. 24 seven insanity day in, day out, all the time. He never regretted nothing. Never cared for nothing. Oh, fuck him. Ich meine, da muss ein Limit sein, kid. Ein Punkt, wo sogar die Arschlösen wie uns sagen, genug ist, dass er genug ist. Human stew. Das ist mein Limit. Ich weiß das jetzt. Ich glaube, das ist das, Dean. Es ist, was es ist. Seine 16 Millionen? Hey! Es hat sicherlich eine Bildung. Ich glaube, das bedeutet, aber... Was? Was? Das ist es? Hey, Mann. Hey, wassup? Sieht so agitiert. Mann, das ist nicht gut, geradezu. Oh, sorry, zu hören. Oh, shit. Hold on. Hey, Baby, wassup? Was? Tracy? College? Our Tracy. Real college? Du musst mich schrauben. Das ist großartig. All right, hey, hör mal. Ich spreche mit dir später, okay? Ja, ich muss hier ein bisschen waschenken. All right, tschüss. Ah, Amanda. Sie sagen, dass sie dich um die Haus zu bringen. Eine dieser Nacht, okay? Fuck. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, um diese Scheiße zu verdienen. Ich habe meine Kinder, meine Frau, und eine Arbeit, die ich liebe. Ich meine, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Du und ich, Mann. Was? Ich mag dich, Mann. Und du kennst das. Ich habe alles für deine Scheiße, Mann. Was ist das? Schau mal, Mann. Ich und du wissen, die Scheiße ist nicht vorbei, Mann. Wir beide wirklich. Was ist das? Du... Du? Du? Du kamst hier, um mich f***ing klippen? Du? F***! Ich habe die Mission gestartet, wo man... MyClaim erledigen muss. Weil wir das sehen wollen. Ja, oder beziehungsweise ich will es sehen. Sonsten... Und ich konnte die Mission halt auswählen. Und er hat gleich gestartet, deswegen... Ich habe mein rosa Auto jetzt dabei. Du hast keine Chance. Ich habe ein super rosa Auto. Auf damit. Schau mal das an. Go, 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 go! Große Auto, komm! Oh, s***, der ist auf der anderen... Oh, Gott, da! Mike! Oh, s***, 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 s*** ... Ach, ich hoffe es. Gott sei Dank, er hat keine Knallen dabei irgendwie Achso, er hat sich schon weg Er hat auf mich geschossen Das ist doch keine Chance Mut zum Henker Ich weiß, du verstehst du das, ich weiß es Bleib hier Bin ich jetzt richtig überhaupt? Triffst du ohnehin nicht Ja verdammt, warum? Das ergibt doch keinen Sinn Oh shit Ich bringe dich in meinem Haus, Franklin Every fucking time Yeah? Fuckin' a-right You man, I was your bitch You did! You told me when the time came Warum hatte ich nochmal die Optionen zu retten? Trotzdem Jetzt muss ich das auch nochmal wissen, oder wie? Fuckin' Fuckin' Das ist ja Das ist ja Das ist ja Ich weiß nicht, wie es ist, Homie Du startest einfach zu rennen und shit Und all of a sudden dein Legs gebt Und du kannst einfach nicht mehr rennen Okay, wir machen dann kurz einen Cut und ich will wissen, was passiert, wenn ich dann auf B drücke Hey, you told me when the time came I know, I'm sorry Hell, hippo, crap What the hell? Mike, ich wollte dich hochziehen Okay, egal wie du es dreist und wendest Man, I know I've been kinda caught up in shit, man But shit been real crazy, Homie But it's dealt with now Fuck, man, you know how it is, Homie You just start running and shit And all of a sudden your legs giving you just can't run no more Anyway, man Man, just hit me, dawg We brothers, Homie, alright? Peace Alright, das war das andere Ende mit Michael mit A und B Variante Danke fürs Zusehen Ich muss das wissen Macht's gut Tschüss 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 Tschüss